Hey Gamerinos, ich bin Marc de Bimac und die SESO geht los, unser erstes Match ist hier und ich weiss es nicht, aber irgendwie würde ich gerne noch im Mittelfeld ein neues Spieler kaufen. Bevor wir hier gegen St. Gallen spielen, gehen wir mal einigen suchen. Transfer, gehen wir mal auf Transferliste, Position nehmen wir Mittelfeld, zentrals Mittelfeld wäre gut, Nationalität müssen sowieso scheissegal. Dann gehen wir mal suchen starten, vielleicht finden wir hier etwas, das sind alles etwas flottes. Ja der kann vielleicht etwas sein. Ja, ja, das ist nicht wirklich eine Verbesserung. Weisst du was, komm wir gehen mal Liga auswählen, da haben wir wirklich bessere, welche jetzt gute Spieler haben. Dann gehen wir mal in die Bundesliga. Und dann nehmen wir hier mal... Nein, Arnstatt nehmen wir nicht, Augsburg auch nicht. Mainz, oh die, uuuuuh, der Böse-Club. Ähm, dann nehmen wir gleich mal Schalke, was habt ihr im Mittelfeld? Ah, ich hab vielleicht noch auf Transferliste, das ist mir scheissegal ungewöhnlich. So, was habt ihr für Spieler? Ja, das ist ja nichts, das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Das ist ein Köder. Das will ich nicht. Nehmen wir euch mal alle, komm. Alle Mittelfeldspieler dieser Bundesliga. Hä? So. Schau mal da, der sieht ein bisschen aus, als hätte er in die Hose geschissen. Also, gehen wir mal schauen. Warum sind die auch so schlecht? Sind wir die zweite Bundesliga angekommen? Ähm. Nein. Fällt mir alles neu. Nein, das ist alles gut aus. Das ist die Pfeife. Dann mal beobachten. Dann könnte es etwas sein. Feier München. Uh, das wäre etwas. Komm. Komm. Kürzlich für... Uh, das ist teuer. Den können wir nicht leisten. Schade. Das hätte... Das wäre nicht schlecht gewesen. Und dann? 35 Millionen. Das ist mir noch viel zu teuer. Hallo? Ja, der wäre auch gut. 41 Millionen. Ja, der wäre vielleicht gut. Der ist... Gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Der David könnte auch noch etwas sein. Lassen wir den auch noch. Beobachten. Und lassen wir den... Nein, der ist scheisse. Der sieht echt böse aus. Den haben wir auch noch beobachten lassen. So. Wollen wir schauen. Was unsere Scouts dazu sagen. Wir gehen spielen. Erstes Match. Ibe gegen St.Gaue. Mit unserem aktuellen Team. Wo glaub ich es... Ibe spielt in der Realität. Ausser hier traint. Wo er in der 2. Mannschaft ist. Wuuu. Weeeey. Weiter so. Schau jetzt. Und bumm. Hä du. Das ist die Ibe-Taktik. Schau. Da dribbelt er. Ui. 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 Wow. Es macht Gold. Und noch einmal. Ui. 500 irgendwas. Und. Ui. Traumhaft. Ui. Ui. So. Spielen wir. Wir haben Heimspiel. Im Waldstadion. Okay. Es sieht sogar so etwas aus. Das Datensys. Oder? Irgendwie schon. Ui. Er hat nicht mehr so viele Haare. Von Bergen. Das ist der Handbiff. Das Spiel läuft. Das Spiel läuft. Der Vorbereitungs-Göp haben wir gewonnen. Ich habe jetzt keine Ahnung ob das ist. Ob das schwieriger oder einfacher ist. Und 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 und. Ah schade. Er ist einfach nur zu tot zu laufen. LUTO! Ah schade. Er hat zu viel dribbelt. Ah. Nichts. Abgefangen. Gehen wir nochmal auf dieser Seite. Okay. Ah. Da hat er. Sehr offensiv. Komm. Es ist schon ganz flieb. Schade. Was war das? Ahaaa. Ah. Da geht er rein. Nein, nein. Du blöde, du kommst nicht um. Fahr ab, fahr ab, fahr ab. Ah, schau da. Einfach mal rein. Das kann nichts sein. Ja, nichts, nichts. Da hast du überhaupt nichts gesehen. Komm da. Ja, tschüss, gell. Komm da weg mit ihm. So, jetzt komm da. Jetzt kommt er, der Zauberer, der Zauberer. Uuuuh. Böses Foul. Rote Karte. Nein, Arschloch. Und da kommt er. Ah, jedes Mal laufen mir die scheisse Drecksure St. Gauer Bratwürste vorfressen. Die verdammten Arschlöcher. So, hopp da. Reine. Komm. Ich, ich drehe jetzt die Tür ab denen. Komm da. Nein. Kannst du, jetzt mach doch. Hey, land da unten, die Zauberer. So, komm jetzt. So, und da. Und da. Das habe ich gar nicht wollen. Schau. Fuck you. Nein, 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 nein. Nichts. Scheisse, der Zauberer will dich ablegen, der Blödsack. Oh, oh. Ja, nein. Ja, das kommt gut. Das kommt gut. Das kommt gut. Das kommt gut. Ja, und natürlich pfeift er nicht, oder? Komm dann. Ja, jetzt, äh. Komm dann. Komm. Ah, der nimmt ihn, der Blödsack. Komm, komm, schiessen. Ja, aber dann schiessen wir ihn mal her. Ah. Komm da. Also so wird ein Bennymeister. Komm. Schon wieder, aber er hat ihn, weisst du, er zieht den, ähm, den, ähm, den, ähm, Dricot, dem Saughof. Komm, komm, geh nach vorne! Die Flanke sah gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem ist er weiter. Und das ist No-No auf Pause. Ah, der Coupon... Der hat nicht mehr so... Coupon nehmen wir den Ding rein. Es wird eine praktische Veränderung geben. Totaler Angriff. Kommen wir da. Es ist ja wirklich ausser unsere zwei Star Stürmer eben auch nicht viel. Das ist halt auch so etwas. Zakat... Zakaria... Der Neue, der drin ist. Komm, Söckle, Söckle, Söckle! Schau jetzt, Sarah, du reist durch. Lauf durch den Dürf... Lauf durch den Dürf... Das ist doch einfach... Das ist noch schlimmer als der richtige IB-Match zu schauen. Schau jetzt... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm vorab, vorab! Das bringt doch nichts, wenn du auf totaler Angriff machst. Weil die spielen eh so schlecht. Ja, so... Es läuft! Nein! Okay... Nein, der geht auch wieder Retour mit totaler Ausgeglichen. Das ist vielleicht besser. Die sind so scheisse! Du Mann! Dann... Halt doch! Das interessiert mich doch nicht, was der blöd Wichser da macht. Das interessiert jetzt niemand, warum das hier wechselt. Wir sind in der Schweizer Liga. Sorry, aber das interessiert wirklich niemand. Das interessiert jemand, deine grossen Grossmutter, du scheisse Kommentator! Jetzt geh doch für... Komm! Was ist mit den St. Gauer los? Haben sie Doping gefressen oder was? So, jetzt komm komm! Komm, jetzt gib doch den Ball! Oh ja, jetzt schau! Der Scheissgehend! Der Scheissgehend! 90% von seiner Karriere eh verletzt! Komm, komm! Ja, Scheiss! Endlich! 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 Ah! Aua! Nix! Das hat gar nichts. Gauhn! Ja, super, super. Komm, komm! Jetzt... Dribbeln! Dribbeln! Scheissgehend! Ich kann nicht mehr laufen. Scheiss gehen. Ja, ja, ja. Oh, der Box ist weg. Uuuuum. Komm, komm, komm. Das muss man jetzt setzen. Ja, aber der geht gleich auf. Und weg mit dem. Ja, tu mir ja. Ja, ja, komm. Ah, schau, ich kann auch Foulpass machen. Ja, ja, komm, komm, komm. Gehen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Gapfel, da steht's. Ah, nein, da ist nichts, da ist nichts. Ich komm gleich nach hinten. Ja, was machst du? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, auch mal singen. Ah ok, was sieht das ngoicata so? Das sind Zwillinge. Jetzt will sie das Kini anlegen. Jesus Gottes, das war wirklich peinlich. Ja, ja, ja. Das haben wir hier schönes Büro. Guido... Guido Burca. Ja, der wäre super. Den nehmen wir noch. Wie ist der? 3 Mio. Also komm. Das investieren wir. 4 Mio. zahlen wir. Angebot zu senden. Da seid ihr dabei. So. Nehmen wir noch Angriff. Haben wir noch einen Guido? Ah, der ist im Angriff. Ich habe gar keinen Willen im Angriff. Jetzt habe ich trotzdem einen Angedinseln zum Angriff. Egal. So oder so. Hoffen wir mal, dass der zu uns kommt. Der Deutsch. Oben rechts könnt ihr abonnieren. Ich war es gewesen. Der Markt im iMac. Hoppe iB. So oder so. Okay. 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 Klar,